Ich bin auf Ibiza, sage ich ihm. Er schickt mir jeden Tag so einen Text. Capo di tutti, Enrique Iglesias, Cinquecento. Ey, ich will einen sehen, der auf Ibiza ist, der so Texte kriegt. Auf Ibiza. Was hast du jetzt damit erreicht? Jetzt hast du dich selber noch mehr zum Trottel gemacht, Alter. Einfach Cake, einfach ein Cupcake. Ja, der nennt sich echt Cake, Alter. Warum nennt er sich Cupcakes? Ja, keine Ahnung. Ich schwöre, ich schwöre, bitte guck, was ich geschrieben habe, bitte. Und ich kenne mich, jeder, der mich kennt, weiß, was ich damit meine. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich? Ja. Nee, ich gucke mir von ihm nichts an. Nee, nee, klar, aber ob du mein Video vielleicht gesehen hast. Ja, das habe ich gesehen, ja. Er hat so behauptet, also normalerweise, ich habe mich ja bei dem gar nicht eingemischt. Der macht ja die ganze Zeit Farid irgendwelche Vorwürfe. Er wirft Farid vor, dass er falsche Entscheidungen getroffen hätte gegen ihn, sodass er die Karriere nicht geschafft hat. Ja, ja. Jetzt muss ich sagen, du weißt vielleicht nicht, so die Situation ist ja Köln gegen, so war vielleicht an dir vorbeigegangen. Aber der war bei German Dream zu Zeiten, wo... Das habe ich mitbekommen, ja. Also zu Zeiten, wo Echo der Größte war, weißt du? Da war der da mit. Also einer der größten Stars. Und ja, dann kam Farid dahin und Farid war der Jungling von denen. Der war der Rookie. Ja, der war ja schon länger dabei. Deswegen sage ich immer, das ist total Quatsch, ihm vorzuwerfen, warum hast du mich nicht zum Style gemacht. Aber ich habe mich da die ganze Zeit... Kennst du doch, das liegt immer am Interview. Auf jeden Fall, egal. Ich habe immer nichts gesagt. Er hat mich ein paar Mal auch outgecallt, aber ich habe immer nichts gesagt. Bis jetzt vorgestern macht er so eine Story und sagt, Bruce Heuchler, vor allem sagt er, Bruce hat seine Corona-Krankheit erlogen und WDR oder die öffentliche Rechte haben ihm geholfen, diese Story auszupacken. Und ja, dann war ich sauer geworden, dann habe ich ein Video gemacht, was so Halbantwort an ihm, aber Halbantwort auch an alle war, die es schaffen wollen. So ein Motivationstalk. Und dass das nicht an andere liegt, weißt du? Dass das an dir liegt. Und du, klar gibt es, es könnte besser laufen, wenn dir einer hilft, aber die schulden dir nichts, habe ich so gesagt. Und ein Interview, guck mal, man muss so sehen, ich habe gesagt, zum Beispiel, Tosha Bones hat noch nie mit mir ein Interview gemacht und trotzdem ist er ein Star. Wie kommt das denn? Also weißt du, dass die immer zu sehr denken, Hip-Hop.de News oder Hip-Interview ist so, ohne dass... Ist der Regler so. Ja, das ist, weil der Falle Quatsch, Mann. Auf jeden Fall habe ich dann ein Video gemacht, wo ich so ein bisschen darauf reagiere und jetzt haut der, das finde ich richtig ekelhaft, jetzt haut der so ein Ding raus. So ein WhatsApp-Verlauf von uns. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was er damit sagen will, das gucken wir uns jetzt an, ich habe es mir nicht angeguckt. Also, das ist verbittert hoch 20, Alter. So. Bruder, Bruder, Herr Mento, du meintest, ja, er hat dich beleidigt und bedroht und so. Das sieht man aber im WhatsApp nicht, ja, aber er hat mich angerufen. Hat er das nicht bei WhatsApp geschrieben, das habe ich nie gesagt. Und er hat auch nicht gesagt, ich finde dich und ich bringe dich um oder so, das auch nicht. Aber er hat das so bedrohlich, so, ja, man wird sehen, du wirst auch noch sehen und so, okay, so. Und das war am Telefon. Das war, ich kann auch gleich mal den Chatverlauf gucken, ich weiß noch genau, ungefähr zu welcher Situation er mich angerufen hat. Also, wenn mich meine Erinnerung nicht drückt, das ist ja schon alles so lange her. Ja, schauen wir mal. Ich zeige euch jetzt mal, was passiert ist. Das geht um das Album Capo di Tutti Capi. Achso, ja. Der Name ist übrigens schon mal richtig scheiße. Ja, ist doch alt. Capo di Tutti Capi. Was ist der, Alter, ist der links? Der El Desparado? Der, äh, der El Chapo? Ich habe versucht, sorry, also ich habe versucht Dark Mode, aber geht hier irgendwie nicht. Ist egal jetzt. Da sehen wir jetzt, was da vor sich gegangen ist. Also, wie man sieht. Da hatten wir uns getroffen. Genau, da haben wir eine Was-Los-Folge gemacht. Wir sehen, wir fahren mal an. Booth, Salam, Chetori, ich bin Capi, wie geht's dir? Da ging es um diese Verschuldung. Chetori ist persisch für wie geht's dir, okay? Er schreibt, wie geht's dir? Ich schreibe, Salam, Brudi, was geht ab? Ich spreche wegen dem Interview, was nicht rausgehen durfte. Alles gut, Brudi, ich habe ein neues Album, was bald kommt und es wollte dich fragen, ob du Zeit für ein Interview demnächst für mich hast. Habub, ein Mann, ein Wort. Guck mal, eigentlich gut, dass er das postet. Ist ja eigentlich ekelhaft, private Sachen zu posten, Cupcakes, aber du bist einfach zu dämlich. Du bist zu dumm dafür. Ich habe nämlich immer gesagt, dass ich mein Versprechen ihm gegenüber eingehalten habe, weil ich hatte ihnen mal versprochen, wir machen auf jeden Fall noch ein Interview. Weil irgendwie hatten wir mal eins gemacht, das hat nicht geklappt, weil ich sage mal so, da war jemand im Interview, im Video drin, beim Friseur und dieser jemand wollte nicht im Interview sein. Also er hat es verkackt. Ja, jemand ist reingekommen und dann hat derjenige gesagt, ich möchte da nicht drin sein. Da habe ich gesagt, okay, was soll ich machen, ist das sein Bild, er will nicht, was soll ich machen. Da habe ich ihm auch erklärt und dann habe ich das Interview runtergekürzt auf 10, 15 Minuten, wo nur er drin war. Und ich habe ihm gesagt, ey, aber dafür, wann immer du ein Album machst, ruf mich an, wir machen gerne noch eins. Ja, nochmal. So, was soll ich denn sonst auch machen, ich bin ja auch nicht sein PR-Agent, Alter. Ich hätte auch sagen können, Pech für dich. Pech für dich und auch Pech für mich, war ja auch Arbeit, aber egal. Aber habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt, ey, machen wir. So meldet er sich und einem Mann ein Wort. Ich so, ja, Brudi, gerne, lass das machen. Also das Machen fehlt dir. War versprochen. Und da hier unten schreibe ich, lass machen. Bin auf Weg zu wahrscheinlich Tour. Ne, wie ich immer schreibe. So. Mit einem Auge. Und dem Druck von Banger Music. So. Also das ist eigentlich das, was ich gesagt habe, bestätigt, ja. Und ein paar Jahre später hatte ich dann hier, seht ihr selber, 29. Er wollte ein paar Jahre später dann das Interview anschauen. Genau, er kam dann hier, das ist zwei Jahre, glaube ich, später. Ich meine, man könnte bei YouTube nachschauen. Ich glaube. Tschüss, zwei Jahre später, ich würde ihm sagen, Bruder. Ja, aber ich habe es ja trotzdem, ich habe es trotzdem gemacht, aber schaut mal. Er sagt es eigentlich selber, was er getan hat. Also das war es dann. Das Problem war, das seht ihr gleich im Verlauf, dass er mich dann irgendwann wieder angerufen hat und dann sagt er im Interview, dies, das und ich hatte irgendwie, wie gesagt, kein Nerv, keine Zeit, ich weiß es nicht mehr. Und dann hat er angefangen mit, du hast mir das versprochen, weißt du noch. Und dann habe ich ihm gesagt, Bro, mein Versprechen habe ich hier vor zwei Jahren eingehalten. Und daran konnte er sich nicht mehr erinnern. Obwohl er einen Chatverlauf hat. Maniaks. Capo di Tutti, Enrique Iglesias, Cinquecento. Was heißt Capo di Tutti? Capo ist Boss, der Tutti, Tutti ist alle. Also italienisch. Er ist doch aber kein Italiener. Ja, das ist so Mafia-mäßig. Er macht so Chef aller Chefs, Boss aller Bosse heißt das. Capo di Tutti. Capo di Tutti, Capi ist so der Chef aller Mafia-Bosse, die wählen ja immer einen Boss. Auf, ja, Sal. Ja, Sal, Alhamdulillah. Alles gut, Rudi, ich habe ein neues Album, was bald kommt. Und wollte dich fragen, ob du Zeit für ein Interview demnächst für mich hast. Ein Mann, ein Wort. Sehst du, ja, Bruder, gerne, lass, das war versprochen. Lass machen, bin auf dem Weg zur Tour. Höre deine 100 Bars zufällig. Ha, 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 ha. Vielen Dank. Dann frage ich den Opt. Meinst du, dass Hip-Hop dir einmal was zu meinem Video posten kann? Bis bald, ha, beste Mann. Ich denke schon, die werden das sehen. Ich schicke nochmal. Ich küsse deine Augen, blabli, blablu. Ja, okay. Sein, ja, okay. Das war irgendwie 29. März 2017. So, dann. Dann, ich wollte abchecken wegen morgen. 28. April. Hallo, du, ich wollte abchecken wegen morgen. Die hatten das ja auch dann auch gepostet, muss man ehrlicherweise sagen, bei Hip-Hop.de, dieses 100-Pass-Video. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Ich erinnere mich sogar, dass ich dafür gesorgt habe, dass es auch zumindest gesehen wird. Weil die können ja immer noch sagen, ey, das ist scheiße. Aber die fanden das nicht schlecht. Wieder eingefallen. Wieder eingefallen, genau. Hallo, du, ich wollte abchecken wegen morgen. Da ging es um das Interview. Dann hat der Standort geschickt. An dem Tag, das muss klar sein, habe ich ein Waisel-Interview gemacht. Ich gucke mal, ich sage es mal eben. Das war harte Arbeit. Ich hatte einen scheiß Waisel-Termin, Alter. Ich hatte zwei Termine, war kopfig. Und Waisel war damals heiß, weil er kam gerade, ähm, es war exakt derselbe Tag. Das war nicht da, ähm, was, nee, das auch nicht. Doch, das ist das. Ich kann doch hier mein erstes... Wenn ihr genau hinguckt, müsste ich wahrscheinlich denselben Pulli anhaben. Weil ich war beim Videodreh. Miese Augenringe. Und dann bin ich nämlich, wenn ihr mal seht, ich bin nämlich direkt nach dem Interview, nicht lange direkt nach dem Interview, bin ich runter nach Mabea zu Summer und Casey. Das war die Zeit, wo ich nur unterwegs war. Alter, anders, anders auch. Oh, anders, alter Gott. Aber gut, äh... Der Hustle war real, Alter. Oh, ja, nicht schlafen war real, einfach, ohne Scheiß. Auf jeden Fall, guck mal, das war damals ein heißes Thema mit Waisel, weil der war gerade bei, äh, Vorblocks, äh, und, ähm, ich gucke mal eben, ob man noch sehen kann. Ähm, was, was los, Kapo, Kapi, Kapi, äh, wie heißt der nochmal, Cupcakes heißt der eigentlich? Einfach Cake, einfach ein Cupcake. Ja, der nennt sich echt Cake, Alter. Wo nennt er sich Cupcakes? Ja, keine Ahnung. Das ist das Interview, 17 Minuten, das ist, guck mal, das ist das Interview, äh, was ihn so abfuckt, ne? Ich hab mit ihm ein Interview gemacht und es gab jemanden, der da saß und der hatte keinen Bock da zu sitzen. Und da musste ich da viel rausschneiden, ne? Halt hier? Ne, ich kann dir das nicht sagen jetzt. Ich sag dir das mal später, das ist jemand so. Ne, ne, darum geht's nicht. Jemand. So, von Hassan verpasst, bekommen dich auch. Oh Mann, gute Haare. Auf jeden Fall, ähm, ja, aber ich hab doch jetzt keine mehr. Wieso, ist doch ein Bucher doch, alles gut. Ja, langsam jetzt wieder. Guck mal, und jetzt, guck mal bitte, was ich anhabe und guck mal hier. Na, das war derselbe Tag, ich erinnere mich doch dran. Oh, manchmal hab ich echt einen Fotografischen, Alter. Ja, ich will nur gucken, aber wir sitzen nur hier, ne? So, genau, das war Videodreh. Ähm, der hat ein Video gedreht, äh, hier sieht man, so, und guck mal, weißt du? Ja, aber egal, auf jeden Fall, ich wollte nur sagen, ich erinnere mich, das war ein, äh, heavy Arbeitstag. Ich bin, äh, erst in Essen hab ich Interview gemacht. Video ist zu laut, sorry. Ich hab erst in dem Interview Video gemacht, äh, dann bin ich direkt nach Köln gefahren, um das zu machen. Aber gut, und hier sieht man nochmal, das Intro ist anderer Zeit. Das ist die, die alte Riga-Straßebude, wo ich bei Raph gewohnt bin. Das ist auch mein Zimmer bei, äh, Raphs alte Bude. Okay. Ja, ja, am Lidl-Parkplatz war ich kurz vorhin. Durch dein, komm? Ah, da hab ich noch Filme gemacht. Haha, wie geht's, oder? Alles klar? Hier irgendwo in der Nähe? Wir sind in Düsseldorf mit LG, alles gut bei dir. Ah, sorry. Früher war für mich... So, also... So, dann haben wir das gemacht, das hier gemacht. Und wie gesagt, ey, guter, gutes Gespräch. 20 Milliarden in Wohnungsbau, in Struktur, in Jugend... Äh, da hat auf jeden Fall gute Ansichten gehabt, was sozial, äh, ich weiß nicht mehr, da hat er echt gute Ansichten eigentlich. Ich hab immer gedacht, ein heller Kopf, irgendwie so. Ähm, ja, egal, auf jeden Fall, ähm, ja. Also das Interview haben wir dann gemacht, was versprochen war. Das ist das Interview, was versprochen war. Hier seht ihr das, fünf Jahre her. Alles gut. So, was, was will er jetzt von mir? Wir müssen ein Obst Browser-Light machen. Alles gut, links. Ja, hab ich schon, hab ich schon. Okay. Danke. Hatte ich ihn dann gefragt. Was geht, Bruder? Könnt ihr vielleicht nochmal das Snippet supporten, weil da hat wirklich keiner das Snippet da irgendwie, äh, supportet, beziehungsweise darüber berichtet. Was geht, Bruder? Meinst du, dass ihr mein Snippet einmal präsentieren könnt auf eurer Seite? Bruder, ich bin Affinista. Bitte schickt das in die Reaktion. So, da fängt dieses Abhauen schon an. Guck mal, er sagt Abhauen. Guck mal, ne? Oder ich will interviewen, dann will ich, dass ein Video postet, dann will ich, dass mein Snippet gepostet wird, aber dann... Guck mal, ne? Erstmal wirklich ekelhaft, dass du meine Sachen, meine privaten Sachen, Kapo, ich werde dir nie, Kapo sag ich, nicht Kapo, Cupcakes. Cupcake. Nie mehr werde ich irgendwas für dich tun. Nie wieder. Also, damit das klar ist. Egal, zumachen. Ich will nie wieder in meinem Leben was von dir wissen. Du bist echt ein nerviger Mensch, ey. Ich war da... Bruder, ich bin auf Ibiza, kann grad nicht. Ja, ich... Hier sind grad ein paar Weiber. Ach, 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 ach. Nein, man muss... Man... Nein, dieses... Es muss klar sein, ne? Es muss klar sein, dass ich so nicht antworten würde, wenn Farid mir schreibt oder du. Weil ich hab eine andere Beziehung zu euch. Wir sind ja auch Freunde irgendwo. Dann würde ich vielleicht sagen, Bro, yo, ich bin auf Ibiza, ich mach das und das. Kennst du so ein bisschen längere Antworten? Aber es wäre trotzdem, ich kann grad nicht. Da war ich, glaub ich, nicht mal auf Ibiza. Ich bin sicher, ob ich auf Ibiza oder auf Dingens war. Weil das Intro... Ihr habt ja das Intro gesehen, was ich... Achso, das muss Ibiza gewesen sein. Das Intro zum Waisel Video, das muss ich dann wahrscheinlich auf Ibiza gemacht haben. Und nicht auf Marbea, wo ich grad dachte. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich da gemacht hab. Egal. Es ging darum, dass ich wahrscheinlich irgendwie zwischen Tür und Angel war. Irgendwas zu tun hatte. Weil Urlaub kann's nicht gewesen sein. Ich mach ja kaum Urlaub. Und er ist nicht der einzige... Das ist das Wichtige, was ich euch sagen will. Er ist nicht der einzige Rapper, der mir einfach sein Snippet schickt. Weißt du, guck mal. Rappers schicken einfach immer Snippet, Video, kommentarlos. Oder manchmal mit Bruder kannst du nochmal gucken, dass das gepostet wird. Ja. Manchmal mach ich das. Hast du ja gesehen, bei den 100 Bars. Manchmal schick ich das weiter. Manchmal hab ich keinen Bock. Weil ey, Alter. Der lässt ja nicht mehr locker, Alter. Dicker, genau das wollte ich sagen. Das ist immer das Ding. Und bei hiphop.de arbeiten einfach auch 20 Leute, Alter, in der Redaktion. Ich mach Interviews. So. Bei hiphop.de arbeiten 20 Leute in der Redaktion. Oder arbeiteten. So. Ich weiß, dass die Leute durch mich ein Gesicht von hiphop.de hatten. Und immer das Gefühl hatten, ja, Ruth. So. In Ordnung. Kann sein, dass dieser Ton jetzt bisschen so dieser, ey, hau mal ab, war. Aber Bruder, ich sag dir ehrlich. Aus heutiger Sicht... Würde ich das vielleicht noch schlimmer machen. Noch mehr sagen, Bro, ich bin nicht dein PR-Manager, Alter. Hör auf, mir zu schreiben. Bruder, Interview gerne. Mal sagen, neues Album kommt. Ist auch okay. Aber Bruder, ich hab das nicht nur von ihm bekommen. 2017 war Hype, Hype, Hype Zeit von was los. Glaubt mir, jeder Mensch hat mir geschrieben, ob ich was poste. Bei hiphop.de. Und wenn ich manchmal gesagt hab, Leute, das ist nicht mein Laden, ist es nicht meine Seite. Ich geh online und schreibe das. Haben die das nicht geglaubt auch? Ja, aber du bist doch... Ja, aber. Ja, aber. Ja. Okay. Wie gesagt, deswegen, ich verstehe, dass er da das Gefühl hatte, abgefuckt. Aber wie ich sehe, ich hab ihm sogar noch ein Beweisfoto geschickt oder so. Hey, cool, Freundschaft. Weil ich will immer die Leute nicht abpacken. Aber er hätte auch respektvoll checken müssen, ja, er ist nicht mein PR-Manager, den ich bezahle. Er ist ein Dude, der bei Hiphop.de arbeitet. Ich kann ihm jetzt vielleicht auch nicht zu sehr auf den Sack gehen. Ich schick das der Redaktion. Also, ich hab gesagt zu ihm... Nichts ist passiert. Hier sieht man noch, ne? Ich hab ihm ein Bild geschickt. Bruder, Bruder, schämt er sich nicht? Wie oft der... Bruder, kannst du vielleicht ein Wort einlegen, bevor die die Nachricht nächstes Jahr lesen, das wäre Bonn oder das schämst du dich nicht? Ja. Ja, das kann ich da. Schreib dir nochmal. Bruder, kannst du vielleicht ein... Bruder, kannst du nicht vielleicht ein Wort einlegen, bevor die die Nachricht... Boykottiert und ignoriert von vielen Medien. Dich boykottiert keiner. Du bist einfach nicht relevant. Das ist das Thema. Guck mal. Sorry, Leute. Äh, Reaktor, what? Also hier, ich hab ihm noch so ein Ibiza-Bild geschickt. So als... So, ja, na, na, Foto. Ich glaub, ich hab mich wahrscheinlich schlecht gefühlt. Du wollte so, ah, guck mal, wirklich Ibiza-Habstukun hier. Bruder, kannst du vielleicht ein Wort einlegen, bevor die Nachricht nächstes Jahr lesen, das wäre Bombe PS, das Album wird ganz stark boykottiert und ignoriert von vielen Medien. Keine Ahnung, wieso, aber das fällt extrem auf. Ich halte die ganze Zeit die Fresse, aber es nervt. Wenn du mir da helfen könntest, wäre das eine Ehrenaktion von dir. Sorry, Bro, aber das wollte ich dir mitteilen. LG Kapo, falls ich seine Nummer nicht habe. Das Album wird ganz stark boykottiert. Als ob ich nicht weiß, wer das ist. Okay, schreibe ich, ne? Ich hab das ehrlich gesagt, ich kenn mich, wenn ich okay schreibe. Ich würd nur sagen, es ist eigentlich völlig lächerlich. Aber, jemand hat gerade geschrieben, voll peinlich, immer Brudi zu schreiben, aber immer nur was zu fordern, ne? Ich möchte da sagen, es ist nicht unüblich, weißt du, im Game. Es ist so, es ist ihm wahrscheinlich irgendwo klar und mir auch klar, dass wir nicht Brüder sind. Aber das ist so gang und gäbe Wort. Also das will ich mir jetzt nicht schlecht auslegen. Nur halt, ich fand das irgendwann auch übergriffig, weil wie gesagt, wir sind nicht Freunde. Wir haben uns einmal im Leben, zweimal im Leben gesehen für Interviews. Wir haben nie, waren wir mal essen oder haben mal länger telefoniert oder so. Es ist also eine okaye Business-Geschichte, find ich okay. Und dass er es versucht, ist okay. Dass er mir aber nur Jahre später mir das so vorwirft, ist völlig idiotisch. Ich hab von der geilsten Ollen nicht mal den Chatverlauf von vor drei Jahren. Also, dass er unseren Chatverlauf, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich den auch noch hätte. Ich hab nicht mal von der Frau, mit der ich Kinder machen würde, den Chatverlauf von vor drei Jahren. Oh mein Gott, Alter, warte mal, Cupcakes. Ich hab eigentlich, eigentlich, ich kenn mich, ich lösche fast nie was. Ich hab auch sogar wahrscheinlich seine Nummer. Ich lösche eigentlich nie, aber ja, guck mal hier, schade, schade. Du bist doch Gangster, Dicker, in der Zeit wurden bei mir sechs Handys beschlagnahmt. Bei ihm nicht. In der Zeit, die Staatsanwaltschaft hat in der Zeit sechs Handys von mir, Alter, und hat irgendwelche Chatverläufe ausgelesen, die ich nicht mal mehr selber kenne, die ich deinen Akten lese. Ey, Alter. Ich muss sagen, es ist, äh, 2017. Also, boah, mag sein, dass ich, äh, also, Dicker, das war meine sehr, da hab ich, 2017 war eine Hype-Zeit, was loslief sehr, sehr gut, aber ich hab noch nicht die Einnahmen gehabt dafür, kennst du? Ich hab mehr gearbeitet und noch nicht die Einnahmen dafür gehabt und immer nur gehofft, Alter, hoffentlich platzt mal YouTube bei, ey, ich bin langsam broke, weißt du? Hör ich mal Covid. Covid-19. Ich bin krass und du nicht. Und du bist geblockt, du mieser Echter. Nein, easy, entspann dich doch mal, ja. Block ihn, block ihn, block ihn, block Covid-19. Block ihn! Mach das mal bitte, ich will weiter. Keine Ahnung, wieso, aber das fällt extrem. Und Rolfalist schreit. Ich schalte die ganze Zeit die Fresse, aber das nervt. Wenn du mir da helfen kannst, wäre das eine Ehrenaktion von dir. Sorry, Bro, aber das wollte ich dir mitteilen. Da hab ich noch das Gute in den Menschen geglaubt. Der hat das Gute in den Menschen geglaubt. Digga, wir haben doch nur einen Business-Kontakt. Ich bin doch nicht dein Bruder oder dein Cousin oder so. Ich bin der Typ von Hip-Hop.de. Du bist ein Rapper, der es schaffen will. Ist doch in Ordnung. Das ist Show-Business, nicht Show-Freundschaft. Ja, also, ich hab an das Gute in die Menschheit geglaubt. Er denkt so, ich wollte meine Niere spenden, so mäßig so. Also, was für ein Gute. Ey, Bruder, Alter. So. Und dann hab ich so, okay, guck mal, ne, nach so einer Nachricht, wenn du nach so, ey, Bruder, ne, jetzt mal ehrlich. Wenn du nach so einer Nachricht sowas kriegst, ne, okay. Was heißt das? Weil ich zu nervst. Ey, Bruder, ne, ich kenn mich. Ich hab das nicht mal gelesen. Ich mach immer, äh, schon mal okay. Dann lese ich das später wahrscheinlich. Ich hab das wahrscheinlich gescannt so und mir so, alles klar, ne. Aber, Bruder, ne, wenn du einem, ich vergleich das mal mit so einem Mädchen. Kennst du das? Du schreibst einem Mädchen so einen Text, dann schreibt die, okay, Digga, du musst blocken. Du musst, du musst, äh, zumachen, so, weißt du? Ey, Alter, weißt du so, ey, ich denk mir so, Bruder, Alter. Okay, dann mach ich so, okay, okay, dann, wie gesagt, zwei Tage später. Keine Ahnung, wieso, aber das fällt extrem auf. Ich halt die ganze Zeit die Fresse, aber das... Keine Ahnung, warum. Weil dein Album scheiße ist wahrscheinlich. Weil du keine Hits da drauf hast wahrscheinlich. Weil kein Song von dir auf YouTube irgendwie voll abgegangen ist wahrscheinlich. Weil die Leute Besseres zu tun haben als das Capo-Album wahrscheinlich. Das ist einfach so. Und der kommt nach zwei Jahren mit einem Album. Ja. Was hast du zwei Jahre gemacht? Davor war er aber auch schon sechs Jahre... Bro. Man muss sagen, LG hat ihn ja zurückgeholt mit Label. Ein LG, er muss ein Label machen und Insta. Davor war er sieben Jahre weg, Alter, Bruder, also, ey. Was macht der die ganze Zeit? Keine Ahnung, Gangster-Sachen. Er ist mieser Gangster. Ganz wäre das eine Ehrenaktion von dir. Sorry, Bro, aber das wollte ich dir mitteilen. Ja, und dann geht's weiter. So, ich mach mal mal was. Da hab ich noch das Gute in den Menschen geglaubt. Ja, das ist schon funny, Alter. Danke, Robanke. Nicest Ding geworden, ja, voll. Aber keiner hat darüber berichtet oder veröffentlicht. Ich weiß auch, hier schreib ich nice Ding geworden, Bro. Ich sehe gerade nicht, wo, also ich erinnere mich auch nicht mehr an Watt. Wahrscheinlich hab ich einfach so... Ein bisschen stellverzungen macht die gegenseitig. Ja, nicest Ding geworden. Weißt du, was es heißt, nicest Ding geworden? Kennst du früher, wenn man gesprüht hat und einer hat gesagt, ja, Bro, ey, geile Farben, aber dann wusstest du scheiße, es ist toll. Aber du bist, aber du hast, äh... Oder ey, Funky, Funky, ich find's krass, dass du experimentierst. So, das war, Bruder, nicest Ding geworden. Der Background ist geil. Der Background. Ey, Bruder, nicest Ding geworden ist einfach random, das so, man will einfach Konversationen. Nicest Ding geworden ist der kleine Bruder von Scheiße. Ja, es ist einfach nicht, ich wollte jetzt nicht sagen, Bruder, das ist ausbaufähig. Wie funky. Jetzt kommen wir zum Ding. Und er wieder, er wieder. 19. Mai war Release. Bruder, das war schon, guck mal, du musst dir in zwei Tage Abstände. Ich sag ihm, ich bin auf Ibiza. Ich bin auf Ibiza, sag ich ihm. Er schickt mir jeden Tag so einen Text. Ey, ich will einen sehen, der auf Ibiza ist, der so Texte kriegt. Auf Ibiza. Okay, Alter, Bruder, Alter. Ich könnte jetzt wahrscheinlich mein Instagram auf das Datum zurückgehen. Und kennst du, der speichert ja alle Storys. Weil ich dafür Storys hatte. Ich wette, das waren mit Henoch auf Boot mit Weiber. Ich weiß das doch. Bruder. Bruder, warum checkst du das nicht? Und jetzt hier bei dem Text, wenn er sich jetzt zu Goof Attack und Amazon äußert und so, dann soll er doch zu seinem Label gehen und sein Label soll dann halt erklären, warum die nicht genug geschippt haben. Bruder, ich kenne mich. Ich weiß nicht mehr, was, wo, was, aber ich habe das nicht gelesen. Ich kenne mich. Ich habe das gerade gescannt. Ich scanne das nur. Ich habe nur gelesen, Amazon gegenseitig, schuld, blockiert, Release-Woche, lächerlich, bla, blo, okay, alles klar. Also alle blockieren den jetzt, weil der so relevant ist. Bruder, genau. So eine Texte, guck mal, auch an dich, Cupcakes, Bro, Brudi. Ich habe so einen Text schon hundertmal gelesen und hundertmal gesehen und man will mich unten halten, habe ich noch öfter gelesen. So, das heißt, ich habe das gescannt und mir so gedacht, ja, okay. Was hat der aber von mir erwartet? Groove Attack will kein Geld machen. Äh, ja, jetzt, genau. Groove Attack will nämlich kein Geld machen. Die verkaufen sein Album nicht, weil die wollen ins Minus, extra. Ja, okay. Okay, also an alle Fans und Freunde, ne, guck mal, ich schwöre auf meine Mutter, wenn ich so einen Text lese, lese ich den nicht. Das ist ja Kette. An alle Fans und Freunde, ja, tamam, ist nicht für mich. So. So, Groove Attack und Amazon geben sich gegenseitig die Schuld, wieso mein Album nicht da ist, wo es sein sollte. Sprich, im Laden oder bei den Leuten, die vorbestellt haben. Bei Drake im Studio auf dem Tisch. Jeder, der schon mal drei Monate vorbestellt hat, hat eine Mail, also jeder, der drei Monate vorbestellt hat, also sechs Leute haben bestellt. Mann, Alter, seien wir doch ehrlich. Wie viel wird das gewesen sein? Egal. Hat eine Mail bekommen, hat die Ware in sechs Wochen erscheint, bla, Konsequenzen tragen, das ist ein mutwilliges Blockieren, Release-Woche, wer auch immer das zu verantworten hat, soll schnorren, babababa. Bruder, ich könnte eine Geschichte jetzt erzählen. Ich erzähle mal ganz kurz eine Geschichte, ne, damit ihr wisst, was rumheulen ist. Guck mal, ne. Wir haben das erste Signing, Sinan hat sein erstes Signing gehabt bei Seven Days Music. Das war so ein Unterlabel von Sony. Das hat uns damals der Echo geklärt. Echo hat alle Leute da hingeklärt. Was, äh, also, einerseits danke, dass du es geklärt hast, aber es hat sich herausgestellt als der schlechteste Vertrag, den ich in meinem ganzen, bis zum heutigen Zeitpunkt unterschrieben habt, ne. Dann hat der Sinan sein Album da fertig gemacht, hat das abgegeben und Leute, achtet mal, ich meine, das ist wirklich ernst, das stimmt wirklich, das kann man auch nachgucken, ich meine, das war auch so eine Schnappszahl, die man sich merken kann, irgendwie 6.9., 9.6., ich, ich, irgendein Scheiß, 19 auf keinen Fall, ne, aber das war, Mann, was weiß ich, 9.6., 2.6., irgendwas, kann man nachgucken, so eine Schnappszahl, Release-Datum funktioniert. Am Release-Datum kündigen die Insolvenz an die Firma, am Release-Datum. Oh, okay. Okay, wir waren, wir waren geschockiert, äh, und so, ja, wir haben auch rumgeheult, bisschen, zwei Tage, aber dann waren wir auch froh, weil damit waren wir auch aus dem Deal raus, der Deal war 3,5 oder 2,5 und das war völliger Schwachsinn, so einen Vertrag hab ich in meinem Leben noch nicht gesehen, aber ich hatte damals wirklich, wir hatten alles, wir haben keine Mahnung gehabt, ne, und ich will nur sagen, aber was hat das Sinan, meinst du, der hat Leuten bei Hip-Hop-Date das geschrieben? Scheißegal, was machen wir jetzt? Ja, wir bringen das Album woanders hin. Dann haben wir connected, ich glaube, später mit Major Moves, ey, was machen wir jetzt, der Album, babababa, ja, wir bringen das. Ja, okay, nix, weiter geht's. Weiter geht's! Mann, heute macht, was macht Sinn an, der hat in der Zwischenzeit 10 Alben released. Wo hat er 10 Alben released? Der ist jetzt auf Twitch, der hat bei Netflix ne Dings gemacht, der hat, äh, zwei, zwei oder drei Shitstorms of all time gehabt. Er macht weiter. Weißt du, was ich meine? Also, so, also, ich meine, dir brauch ich nicht sagen, du bist ja auch so, aber, was ist mit diesem Cupcakes? Also. Und jetzt lest euch das mal durch. Jetzt lest euch das mal durch. Cupcakes, keiner hat Bock, sich das durchzulesen. Keine Mensch. Auch nicht bei dir in der Story hat sich das einer durchgelesen, glaub mir. So, das zu diesem Thema, ich habe, was habe ich für Hip-Hop getan? Ja, ich habe getan, aber wenn ihr mich nicht schlässt, was soll ich denn da machen? Was hast du gehört? Ich habe ja in meinem Video gesagt, du hast nichts für Hip-Hop getan. Wenn ihr mich schlässt, was soll ich machen? Ihr lasst mich nicht, genau. Keiner lasst ihn. Ihr lasst mich nicht. Ihr lasst mich nicht auf eins gehen. Ja, ihr lasst mich nicht mit Drake abhängen, weil ich könnte ihm voll die guten Sachen sagen. Ihr lasst mich nicht mit dem Kacki-Rappen Geld machen. Voll gemein. Ich hätte nichts getan und bla bla bla. Das ist sehr, sehr nicht korrekt. Ihr könnt jetzt jetzt selber lesen, was hier steht. Ich lasse das langsam hoch. Er hat nicht mal selber Bock, das vorzulesen, weil er müsste eigentlich wissen, keiner liest das. Du musst im Internet vorlesen, die Leute lesen nicht. Cool. Das ist eine miese Nummer, die hier abläuft. Das ist kein Gejammere, sondern die aktuelle Lage. Überzeugt euch selbst. Haut rein. Weil ihr sonst keine Probleme habt in eurem Video. Ich lese auf Ibiza zwischen Bruder. Bruder, sorry, dass ich Nerve. Aber das passiert gerade mit meinem Album in der Release-Woche. Next Level Shit. Und glaub mir, was ich über Sinan erzählt habe, die Story. Anderen Leuten ist das auch schon passiert. In Release-Woche, Vertrieb geht pleite. Vertrieb macht nichts. Ärger mit das. Es ist einfach so. Frag mal Farid nach seinem ersten Release. Ich schwör's dir, Farid erste Release Asphalt Massacre 1. Ja. Hat der keinen Vertrieb bekommen. Hat der nur über Amazon verkauft. Hat keinen Vertrieb bekommen. Keiner wollte das machen. Ja, ist zu hart, ist zu klein. Ja, was hat Farid gemacht? Ist jetzt mit 1. Klasse nach L.A. unterwegs, Bro. Ja. Ich schwör, ich hätte schreiben sollen. Was soll ich jetzt machen? Was hab ich geschrieben? Guck mal. Leute, bitte guck, was ich geschrieben hab. Ich schwör, ich schwör, bitte guck, was ich geschrieben hab, bitte. Und ich kenn mich, jeder, der mich kennt, weiß, was ich damit meine. Ich hab nicht genau wusste, von wo der Übel herkommt. Was sollst du da auch machen? So was gab's noch nie. Er dachte, er denkt, ich bin Journalist. Warte mal ganz kurz. Groove Attack, Stellungnahme. Ihr habt das Album gefickt. Bruder. Amazon. Wie heißt der Chef von Amazon? Er hat einfach komplett falsch verstanden. Jeff Bezos. Jeff Bezos, du bist am Arsch. Bruder, ich mein's ernst, ne? Das sind nicht die Aufgaben von einem Journalisten, so, weißt du? Ey, weißt du, wie viele Leute mir schreiben, ich habe hier eine Story über den, über das, über den. Bruder, die allermeisten Sachen sind private Scheiße. Das interessiert niemanden. Ich muss doch auch gucken. Bruder, wenn ich die Story gebracht hätte, absolut, er hätte mich rausgeschmissen bei Epopé. So eine Freikation hier unter. So ein richtiger Dings. Und alle Supportern und Fans, ich habe alles gegeben, um euch das Album schön genüsslich zu servieren. Und alles war gut bis zum Release. Mir tut das wahnsinnig leid, dass ihr eure Sachen noch nicht habt, aber der Mist ist auf Groove Attack oder Amazon gewachsen. Der eine schiebt das auf den anderen. Diesmal ist das kein Stein auf meinem Weg gelegt worden, sondern ein Berg. Diesmal ist kein Stein auf meinem Weg, sondern ein Berg. Aber den tunnele ich. Nee, der will, dass ich das tunnele. Das ist das Problem. Der sagt, ich tunnele den. Nee, Bro, du wolltest, dass andere das tunneln. Jetzt willst du, dass Farid deine Probleme tunnele ich. Das habe ich gepostet auf meiner Facebook-Seite damals. Du hast ein Label? Stopp. Ja. Du hast ein Label. So, wenn er bei Algie im Label war, ja? Also hier war der, glaube ich, nicht mehr dabei. Egal, bei welchem Label er ist, oder er ist beim Vertrieb mit seinem eigenen Label. Ja, genau. Es gibt ja nur die beiden Situationen. Im Endeffekt ist es dasselbe. Dann bestimmt man vorher im Vorfeld die Shipping-Anzahl. Wie viele Sachen möchte man shippen? Wie viele Alben möchte man shippen? Und wenn dann Groove-Attack oder welcher Vertrieb auch immer das mit dir ausmacht, dass sie meinetwegen 20.000 CDs in der ersten Woche shippen, dann sind die auf Lager. Dann werden die natürlich ausgeliefert, weil der Vertrieb möchte auf keinen Fall, dass das Lager vollsteht. Dann wird überall geschippt. Dann werden die Sachen ausgeliefert. Der Handel natürlich kann immer entscheiden, wie viel er im Endeffekt bestellen möchte. Das basiert meistens auf den Verkaufszahlen von den Alben davor. Bei einem Flair-Album, wenn die gemerkt haben, okay, er hat beim letzten Album in der ersten Woche 30.000 verkauft, dann shippen wir die gerne wieder und gerne auch ein bisschen mehr. Wenn du gar keinen Namen hast und keine Zahlen hast, dann muss der Vertrieb sich für dich stark machen und sagen, nehmt mal bitte trotzdem was in den Handel. Am Ende ist es das Risiko von dem Vertrieb und auch von dem Label, weil die Retouren kosten extra Geld. Das heißt, wenn die erstmal den CDs in den Handel stellen und dann am Ende die nicht verkauft werden, dann gibt es Retouren. Und dieses Geld, diese Extrakosten möchte kein Vertrieb verursachen und deswegen pressen die gar nicht erst viel bei einem Cupcakes und sagen, komm, der Junge verkauft eh nicht viel. Ja, also man muss es abschätzen halt und daran nur, damit es klar ist. Das Problem fängt schon an beim Vertrieb. Der Vertrieb hat von dir nicht viel gepresst. Ja. Wenn er viel presst, würde er viel shippen. Und wenn du dich darüber aufregst, dass nicht viel geschippt wurde oder zu spät geschippt wurde, dann hat der Vertrieb im Vorfeld gar nicht viel gepresst. Und man presst es nicht eben in einer Woche. Das ist eine Vorlaufzeit von sechs Wochen. Ja. Und zum Beispiel, um ein Beispiel zu sagen, an einem verdammt guten Künstler, der auch wegen Shipping kaputt gegangen ist, den wir beide gut kennen, Centino. Guck mal, Cent war mal wirklich mal super gehypt. Dann hat er Mixtape gemacht. Davon hat er zwei Teile gemacht. Wie hieß denn nochmal? Centinos Way. Way und so, genau, mit Desu. Mann, geil. Der war am Start. Dann hat ihn ein Label gesigned. Fünf vor zwölf Records, weißt du noch? Die sind kaputt gegangen wegen solchen Dingen. Obwohl Cent beliebt war und so. Aber es ging einfach darum, man hat sich verschätzt. Also du hast einen Top-Künstler, der Top verkauft und dann verschätzen die sich. Ich glaube, das ging auch Kodo so. Kodo auch ein Typ, der hat viele Boxen verkauft. Aber man hat zu viele gepresst. Das bedeutet, du verkaufst zwar ein paar Tausend, aber komm ein paar Tausend zurück. Und du musst für jede ja eine Retourkosten zahlen. Wenn es in deinem Vertrag so drinsteht. Ja, wenn du schlau bist, arbeitest du das raus. Als ich in einem Vertrag habe, habe ich das natürlich rausgearbeitet. Aber muss man natürlich auch Argumente haben. Jeder kann sagen, nee, mach ich nicht. Du musst schon auch Argumente haben und so. Aber klar, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist eine Kalkulationssache, die wir Gott sei Dank heute durch Streaming nicht mehr so haben. Heute kann jeder, das sollte Cupcakes doch auch jetzt wissen und sagen, ey, weißt du was? Jetzt gebe ich Gas. Mach doch, Alter. Hau raus. Auf jeden Fall habe ich auf das ganze Ding hier geantwortet. Egal oder habt Geduld. Ist eine miese Nummer, die hier abläuft. Das ist kein Gejammer, sondern die aktuelle Lage. Überzeugt euch selbst. Haut rein. Was kann der Farid jetzt aber dafür? Bitte gucken, was ich geantwortet habe. Crazy. Jammer. Crazy. Und der Mann jammer und zu hart. Crazy. Guck mal bitte, wann ich das geantwortet habe. Guck mal. 16.05. Er schreibt miese Text. 16.07. Kommt noch das wahrscheinlich persönlich an mich. 16.07. Ja, in der Sekunde noch crazy. Ja, nicht ab da jetzt Farid schuld? Ja, er meint wahrscheinlich, die würden den Stein in den Weg legen. Die hätten vielleicht bei Groove Attack angerufen und gesagt, mach nicht diese Filme. Dürfen die ja gar nicht. Groove Attack darf ja. Wollen die auch nicht. Die wollen Geld machen. Also warum sollen die das machen, Alter? Ich meine, Groove Attack darf gar nicht interne Sachen rausgeben. Ja, sowieso nicht. Dürfen gar nicht sagen, ja, wir haben jetzt von Cupcakes nur 1000 geschippt. Ja. Vor allem sagt er, ich habe in einem anderen Video sagt er, ja, Farid und so, die waren, ich weiß gar nicht mehr, wo der das sagt, ich habe nochmal reingeguckt. Ich weiß nicht, ob das hier sind, wie du, er sagt ja, die waren auch damals bei Groove Attack, das stimmt nicht. Zu der Zeit waren die Jungs schon längst bei Warner. Das ist einfach auch hart. Aber egal, alles klar. Da können die noch weniger ausrichten. Ja. Das habe ich denen dann geschickt, weil ich habe vielleicht gedacht, dass irgendjemand darüber berichtet, dass es einen Super-Gau beim Release gegeben hat. Sowas gab es noch nie, Leute. Nur zur Information. Das ist so ein Quatsch. Und es gab es hundertmal und man muss sagen, hundertmal, aber du bist einfach nicht in, du hast nicht die Größe, dass man darüber berichtet. Er hat auch nicht das Hintergrundwissen. Ey, Alter, er hat absolut nicht das Hintergrundwissen, wie das im Business läuft. Also er ist schon drei Monate vorher bei der Planung etwas schiefgelaufen, beim Vertrieb, mit seinem Label oder seinem Vertrieb, dass es so passiert ist. Das hat überhaupt nichts mit Amazon zu tun, nichts mit Saturn. Ja. Vor allem, die wollen doch Geld machen, Saturn und Amazon. Nee, ist zwar scheißegal, Alter. Dass sowas passiert ist. So, man darf auch nicht vergessen, dass zu der Zeit Bang & Music auch bei Groove Attack gewesen ist. Also können wir ja... Ja. Äh, ne, äh, das stimmt nicht. Das ist 2017. Ich habe gerade nachgeguckt. Guck mal, ich sagte jetzt eben. Ähm... 2017? Ja, die sind seit 2015 nicht mehr da gewesen. kann man, könnt ihr Musikwoche googeln. die sind seit 2015 bei Warner. Die sind weggegangen von Bang & Music. Also Bang & Music ist weggegangen von Groove. Zwei Jahre schon vor diesem Fall. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn die weggehen von einem Laden, ob die noch da anrufen können und sagen können, mach mal so, die, äh, die scheißen drauf. Die scheißen drauf. Die scheißen Geld bei Warner. 400 Alben so juckt. 1 und 1 zusammenreichen. Und vor allem Farid. Bro, pass dir, dann schreibe ich dem Bro, sorry, dass ich dich nerfe, aber das passiert gerade mit meinem Album in der Release-Woche. Er sagt da zu crazy. Ich sag, ja, Mann, zu hart. Ich versuch, den zu erreichen, telefonisch, dass er darüber berichten soll, dass sowas passiert ist. Das ist ja seine journalistische Aufgabe. Der ist ja... Nein, das ist nicht. Ich bin nicht dein PR-Berater. Der denkt, ich bin sein Promoter, so weißt du. Das ist nicht meine journalistische Aufgabe. Du denkst, ich bin dein Promoter. Bei dir im Business läuft was schief. Du denkst, das ist eine Verschwörung. BaFin, Wirecard. Wenn das so wäre, dann könnte ich darüber berichten. Aber das ist eben nicht so. Du hast einen Vertrag mit deinem Label und Groove-Attack. Da ist jetzt was schiefgelaufen. Du hast ja dieses Wirecard, das ist ein Wirtschaftsverbrechen, was das Land was angeht und die Politik angeht. Was Leute interessieren. Das ist eine private Geschichte. Du hast einen privaten Vertrag mit privaten Business, mit deinen Geschäftspartnern, machst halt kein gutes Business. Kann auch sein, dass die dich gefickt haben. Kann sein. Voll. Guck mal, das will ich sagen. Guck mal, wenn jetzt, weißt du, wann ich darüber berichten würde oder müsste auch, wenn jetzt noch sechs andere Künstler genau dasselbe sagen, aber über noch ein bisschen genauer, nicht nur Amazon Groove, sondern sagen, pass auf, es gibt so einen Typen, der heißt, was weiß ich, Thorsten. Frank Strafmann. Genau, zum Beispiel. Er hat mir versprochen. Mäßig. Frank, schöne Grüße an dich, der ist ja der Boss. Also, ja, Frank Strafmann hat das, das gesagt. Und dann guckst du immer dasselbe. Vertragsmuster immer gleich. Immer wurden die Leute gleich abgezogen. Boom, Story. Aber Bruder, das ist doch voll der Quatsch. Der weiß nicht mal, wer genau schuld ist. Ich soll das für dich rausfinden jetzt? Du willst nicht tunneln, du willst, dass ich tunnele, Alter. Egal, darüber berichten könnte, was da passiert ist. Und Leute, ihr seht selbst, danach gab es keinen Kontakt mehr großartig. Das stimmt. Der hat noch angerufen und so. Ihr könnt jetzt selber euch davon überzeugen. Ja, das war's. Ich glaube, das war's, ja. Achso, nee, es geht weiter. Ja, Leute. Ja, warum nicht außen gibt das wieder Volk? Ich zeig euch jetzt mal, was passiert ist. Das geht um das Album Kapu, die tut die Kapi. Und, äh, da sehen wir jetzt was davon. Achso, ja, das ist der Rutscht hoch. Ah, warte mal. Ja, warum nicht? Er meinte wahrscheinlich, irgendwas sollte ich das und das Promo. Guck mal, er wollte dann wahrscheinlich irgendwie so Promomäßig, hey, meinst du, ich soll so und so und so? Ist auch nicht unüblich. Leute, nur, dass ihr es wisst, Rapper oder im Game. Es ist so, die schreiben mir dann immer, weil die immer denken, weil ich viel mit Rappern bin oder mit Labels und so, dass ich immer so die, so. Und ich helfe auch gerne, wenn ich was weiß, aber irgendwie, das war mir einfach wirklich zu viel. Ich mein, er hat bestimmt irgendwas gefragt mit, soll ich das so und so machen? Da hab ich gesagt, ja, warum nicht? Schick raus, gib Gas, viel Erfolg. Danke, Bro. Dann wieder. Warum antworten die nicht? Dann hab ich ihm nicht geantwortet, wie ihr seht. Mann, da wollte ich mal ein bisschen so zeigen wahrscheinlich, ey, Bro, du kannst mich nicht mal erreichen. Warum antwortest du mir nicht? Ich mach jetzt nicht diese. Oh mein Gott, ey. Schade, dass er das nicht abspielt, aber, achso, ich weiß, wo ich da war. 19. Juni, 019, sorry, guten Nacht, Ich sage da, ich weiß genau, was ich da gesagt hab. Ich hab da bestimmt gesagt, Bro, Alter, ich will mit Freundinnen im Bett, lass mal morgen quatschen. Das werde ich da gesagt haben. Weil es stimmt. Ich weiß auch, bei wem ich war. Bei dir, Leute. Nein, ich weiß das nur, weil ich dieses Mädchen, Model, die ist Models. weil ich diese Frau sehr, sehr mag und ich mich daran erinnere. Ich könnte sogar, ich schwör's dir, ich könnte sogar von dem Tag ein Foto rausholen. Lass mal, diese Fotos von mir nicht. Ich will nur sagen, er schreibt mir, kann man die Uhrzeit hier sehen? Ist das hier die Uhrzeit, 019? Oder ist 1.11 die Uhrzeit? Wie länger, wie länger der Nachricht? Hier oben siehst du 12.10. Nee, nee, hier ist 1.08. Okay. Und 1.11 antworte ich ihm. Also, damit das klar ist, er schreibt mir um 1 Uhr. Brodi, warum antwortest du mir nicht? Was für Brodi? Unsere ganze Konversation und ist immer nur, er will was. Er macht mich zu seinem Mitarbeiter. Ich bin nach einer Zeit sein, er denkt vielleicht, das läuft so. Bruder, es läuft nicht so. Auf jeden Fall hat er mich dann am nächsten Tag irgendwie angeschrieben, dann hab ich nochmal geschrieben, ich bin bei Freundinnen und so, dann meinte der irgendwie, ja, geht nicht. Dann hat er angerufen, ich weiß ganz genau, ich weiß ganz genau, wo ich war. Ich war in Kattenberg, in Essen-Kattenberg, auf dem Balkon bei meiner Freundin und ich war übergenervt und ich weiß noch, dass sie gesagt hat, was ist denn da los? Ach, so ein Rapper, denkst du, ich mach jetzt für den Saltos. Ja, du hast mir das versprochen und so. Das war der Anruf, von dem ich im Video erzählte. Ja, aber du hast mir das versprochen und dann hab ich gesagt, Bro, mein Versprechen hab ich vor zwei Jahren eingelöst. Bro, wenn du jetzt, was hast du jetzt damit erreicht? Jetzt hast du dich selber noch mehr zum Trottel gemacht, Alter. Wenn du sowas machst, ja, wo sind denn die Verläufe, die du hast, um die andere Scheiße, die du behauptest, zu beweisen, Alter? Lass mich in Ruhe. Wenn du noch irgendwas in deinem Leben erreichen willst, dann gib Gas. Es liegt nicht an mir. Ich kann dir keine Steine im Weg legen. Keiner kann das. Nur du selbst. Na gut, ja, ich krieg jetzt hier noch Inside-Infos von Leuten, die bei, ich will jetzt nicht sagen, wo arbeiten, sonst schiebt er sich wieder Verschwörungen. Aber der war nicht bei Groove, der war bei einem No-Name-Label, die einen Deal hatten mit Groove. Wer denn? Ein No-Name-Label. Okay, also Cupcakes, ganz einfach. Dein No-Name-Label hatte keine Power, wollte kein Geld für dich ausgeben. Ja, das ist der Grund. Hat bei Groove Attack keine Shipping-Zahlen in Auftrag gegeben, sonst hätte Groove Attack das gemacht. Sonst hätte nämlich dein Label die Rückdinger bezahlen müssen, darauf hatten die keinen Bock, das ist zu teuer für die. Oh Gott, der Typ hat dein eigenes Label verarscht, der merkt es nicht. Hier, nochmal für alle Leute, guck mal, kannst du das mal vorlesen? Warner Music übernimmt Vertrieb von Banger Musik. Datum? Am 13.1.2015. Hier, warte mal, kann ich mal eben zeigen? Also, ich weiß nicht, wie man das... Also, ihr könnt das ja schon sehen. Also, das ist egal, könnt ihr mir einfach glauben, könnt ihr einfach googlen, Musikwoche. Warner Music... Das gefickt jetzt nicht mehr scharf, Digger. Nein, das ist zu hell. Guck mal, Warner Music... guck mal, hallo. Achso, das macht... Mann, du Amateur, Alter, muss ich dir erklären, Digger. Bist du nicht bei was los mit Kamera? Kamera fällt runter. Wie ich das Game so nur gebummt habe. Ich schwöre dir. Bei was los? Sorry. Weißt du noch? Herr Abou-Chaka, was ist denn noch? Weißt du noch? Warte mal, ich habe dir noch eine Angelkamera. Aber den Sound nehmen wir dann einfach vom iPhone. So habe ich eh bumst dir in den gebumst, Alter. Das ist noch nicht schar, warte. Ey, Flair, ich habe ein Interview mit Abou-Chaka, aber der Sound ist nach 10 Minuten ausgegangen. Ich nehme jetzt einfach von meinem iPhone, ne? Ja, das war schon ein Dings. Alter, es wird immer noch nicht scharf. Du musst einmal kurz... Warte mal. Jetzt gibst du mir die Schuld. Nein. Du hast dein iPhone da reingehalten, Alter. Dein Banger Musik-iPhone. Egal, ich lese so lange... Dein Samsung-Handy, Ich lese, du machst scharf. Guck mal. Wie denn? Hier steht Warner Music, keine Ahnung. Warner Music Central Europe und das Düsseldorfer Label Banger haben einen Vertriebsvertrag geschlossen, der Deal umfasst künftige Veröffentlichungen von Farid und weiteren Banger Music-Künstlern. Auf dem Foto sieht man Mo Ralle, die beiden Manager und natürlich Farid. Tschi-ching! Genau, und die haben dann hier nochmal das und der Deal umfasst künftige Veröffentlichungen, bla, bla, bla. und ja, Markus Friedmann, ja, der Friedmann, der Markus, der ist auch immer noch im Vertrieb, schöne Grüße an der Stelle, Warner Vertriebsvertrag, und die Jungs sind auch immer noch da, also die haben auch da, die sind sehr reich geworden, sagen wir mal seitdem. Jetzt hab ich einmal den komischen Kobold Er nennt dich Kobold, guck mal wie er aussieht mit seiner verbeulten Fresse, Alter. Er wurde ohne Schein. Ich nerv mich am meisten bei solchen Tüten, Alter. Tut mir ein bisschen auch leid. Verbeultes Gesicht, Alter. Jetzt hab ich einmal den komischen Kobold vorgeworfen, dass er das so gespielt hat, diese Corona-Krankheit. Dann wollen die, dass mich als Verschwörer dastehen. Ich bin kein Alu-Träger. Aber ich glaub auch, dass es Corona gibt. Ich bin selber geimpft. Aber was ich nicht an dieser Corona gut gefunden hab, an dieser ganzen Corona-Scheiße, diese Corona-Paranoia-Politik, das hat einen schweren Schaden, einen wirtschaftlichen Schaden für das Land gebracht. Das hat einen psychischen Schaden für die Bevölkerung gebracht. Das hat eigentlich nur Minus gebracht. Die ganze Paranoia hätte etwas weniger sein müssen. Ja, in Ordnung. Okay, verstehe ich. Und warum ich dann, also guck mal, Leute, wenn ich am Krepieren bin, das ist das Letzte, was ich tue, jeden Tag davon berichten, wie ich am Abkacken bin. Ich denke, dann bin ich erstmal mit mir und den Tod beschäftigt. Ja, das stimmt. Nur ich war fast einen Monat da drin, ne? Also, ich hab nicht direkt ein Foto gemacht, wo ich reingekommen bin, obwohl doch ein Foto hab ich gemacht. Aber das war noch bevor es mir richtig, richtig scheiße ging. Was ist das für eine Brille, Alter, so eine richtige Dingsbrille? So eine zu älter Brille. Sex-Turi, Alter. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mich darauf einlasse, jetzt zu antworten, Alter, du bist einfach ein Spastard. Bevor ich irgendwelche meinen Fans mitleid errege, um, ähm, wie heißt das? Um Likes zu regenerieren und mitleid und aufmerksam. Regenerieren, mach mal weg, der kann nicht mal normal sein. Dann ist das Lachsch, lass mich noch mal kurz zu Ende angucken. Ich bin den Öffentlich-Rechtlichen unterstützt worden, die dann auch, äh, bevor ich irgendwelche meinen Fans mitleid errege, um, ähm, wie heißt das? Um Likes zu regenerieren und mitleid und aufmerksam. Dann ist das noch von den Öffentlich-Rechtlichen unterstützt worden. Das, äh, würde ich gerne wissen, wie er da drauf kommt. Das ist von Öffentlich-Rechtlichen. Wie, also, wie kommt er da drauf? Die dann auch, äh, diese Paranoia-Politik unterstützt haben. Und was ich dann nicht gut finde, dass Hip-Hop damit reingezogen wurde. In Iskos, weil du den Hip-Hop dafür benutzt hast, diese Scheiße, da noch mehr, äh, die ganzen hier, unsere ganzen Hip-Hop-Kommunikationen, auch die Paranoia einzugucken. Ich glaube, der hat mein Video doch gesehen, weil ich dachte, der hat nicht das Hirn, mein Video zu sehen, auch nicht die Muße. Aber der hat das doch gesehen. Was er nämlich jetzt macht, ist einfach nur mit dem Spiegel antworten. Weil ich ihm ja gesagt habe, du bist nicht Hip-Hop. Du bist Straße von mir aus. Du hast mal versucht zu rappen, aber du willst Star sein. Du willst Geld machen, aber du bist nicht Hip-Hop, habe ich gesagt. Weil, ne, aus Gründen, ihr könnt das Video gucken, jetzt spiegelt er das. Das ist so einfach, Bruder. Das ist so einfach. Also wie gesagt, ich glaube das. Das ist meine Meinung. Ja. Auf jeden Fall, das ist meine Meinung. Du hast da richtig ein bisschen übertrieben. Vor allem die ganzen, äh, das war echt extrem, wie du da, das war richtig Schauspieler vom Allerfeindsten. Ich bin Marok, Bruder. Ich rieche den Braten von 200 Kilometern. So. Das ist mir auch geklappt. Oh Mann, Alter, heftig. Ist doch scheißegal. Äh, ich habe mit dir gar nichts zu tun, großartig. Du hättest eigentlich nur dazu stehen müssen, was ich dir gesagt habe. Oder zu dem, was passiert ist. Dass damals bei dem Interview, was ich erklärt habe, bei Ruse, äh, bei Bieler Schumbugi und unter anderem, äh, bei ein paar anderen Statements, dass ihr da wirklich Mist gebaut habt, dass du da nicht die Wahrheit gesagt hast. Dass die Bänger dich unter Druck gesetzt haben und zu dir gesagt haben, dass wir... Bro, ich kann es noch mal betonen. Kein Mensch hat mich unter Druck gesetzt. Es ist nicht unter Druck setzen. Bruder, du hast... Ich will jetzt mit unter Druck setzen nicht anfangen, was du schon alles gemacht hast, aber ist egal. Haben die nicht. Bruder, kein Mensch interessiert sich für deine Drecksmusik. Das ist die Wahrheit. Er läuft ja irgendwann an so einem Billo-Strand, man geht in Studio, Alter, und nimm ein Album auf, Alter. Du darfst nicht veröffentlicht werden. Bruder, Altersheimruf. Das ist das Interview. So. Da hast du eigentlich... Ja, zwei YouTube? Du musst die Wahrheit sagen, sagen... Nein, nein, das haben wir hochgeladen. Okay. Bei uns auf dem Channel. Ja, das stimmt. Du hast da mal ein Statement rausgelassen. Cupcake-Thematik habe ich auch gestern gepostet. und nach einer Stunde oder so ein paar wurde das wieder rausgenommen. So, du bist ein Lügner, Junge. Du bist ein Heuchler und ein Lügner. Das sage ich dir, das ist die Wahrheit. Und bevor wir uns jetzt weiter... Bevor ihr die ganze Sache jetzt auf euch konzentriert und auf das Gelaber von dir... Oh, das interessiert mich nicht. Du bist schon bestraft genug. Brauchen wir nicht noch weiter auf dich rumzuhaken. Ich wünsche dir trotzdem gute Besserung. Ich sage nicht, dass deine... Hier jetzt widerspricht er sich. Achte mal. Er wünscht mir eine große, gute Besserung trotzdem. Andere Krankheit da gespielt ist oder so. Aber ich sage, dass diese Schauspielerei du da gebracht hast, du hast Hip-Hop benutzt und Hip-Hop kaputt. Ihr macht Hip-Hop kaputt. Ihr macht Rap kaputt. Ihr benutzt das für so einen Scheiß. Auf der Straße herrscht eine ganz andere Sprache zu dieser Tee. Wenn auf der Sprache so eine ganz andere Sprache herrscht, dann hat er dann Farid angezeigt. Ja. Ist der behindert? Ey, Junge, du hast... Ja, es ist schon ein Oberschaden, muss man sagen. Anderer Schaden auf jeden Fall. Das zu dem Thema. Wie gesagt, man versucht jetzt alles so aufgerust. Man hat den vorgeschickt, dass man sich jetzt über den aufregen soll oder sonst... Er meint, Farid hätte mich vorgeschickt, damit wir so ablenken, was zwischen denen ist. Bruder, kein Mensch, kein Mensch interessiert sich für die Scheiße. Kein Mensch. Junge, Junge, Junge. Aber wir vergessen nicht, was Farid gebracht hat und was die alles gebracht haben. Ich gebe nicht Schuld, dass bei mir irgendwas schiefgelaufen ist. Doch. Aber ich gebe Schuld, wenn bei mir sabotiert worden ist. Ja. Und ich habe da richtig, sachlich, faktlich, mit Fakten alles gezeigt, bewiesen. Ich habe hier WhatsApp-Verläufe auch von Yeru's über die Sache. Selbst die WhatsApp-Verläufe von damals habe ich noch. Langzeit! Das zu den Timmel. Du bist ein unnötiger Typ. Du bist ein Kobold, du bist immer noch ein Parasit und du lebst nur davon. Du warst ein Fanboy. Du warst ein Fan von German Dream, du warst ein Fan. Ihr seid alle Fans. Du konntest nicht rappen, konntest nichts und hast dann angefangen zu, wie so ein Waschweib angefangen, so rumzulästern und rumzutrettern. Dafür hat sich der Roost ganz schön hochgelästert. Also ich muss sagen, dafür, dass ich nichts kann, dieses Narrativ, du wolltest selber mal rappen, jetzt bist du Johnny. Guck mal, okay. Wenn er mal wenigstens früh genug eingesehen hätte, dass er nicht rappen kann. Hättest du mal früh genug eingesehen, dass du nicht rappen kannst, Alter. Ich habe immer gesagt, ich habe einen Song gemacht, einen Sechzehn in meinem Leben, was heißt veröffentlich, wir haben auf YouTube so spaßmäßig, okay, einen. Da habe ich gemerkt, okay, Bruder, ich bin gar nicht so ein Straßendude. Diese Straßenlyrics, das hat Spaß gemacht, aber es wird nicht mein Ding werden. Schnell habe ich gecheckt, ich bin ein besserer DJ. Dann habe ich Beats angefangen, dann bin ich zu Hip-Hop, der jeweiligen Beats verkaufen wollte, habe Leute kennengelernt, dann hat Toxi gesagt, ey, du bist funny, mach doch Ding. Ich habe immer gemacht, egal was ich gemacht habe, ich habe immer gearbeitet. Und ich habe, ey, ich habe einen Song mit Raph. Guck mal, mein erster Song mit Sinan, tu weg. Was ist mit meinem Song mit Raph? Ich habe mit dem größten Star in Deutschland einen Song und der ist nicht mal schlecht. Ey, und das Ding, ey, der ist richtig gut, ehrlich gesagt. Das Ding ist, er hat keinen Song mit Raph. Ey, ey, Junge, und wenn ich so irrelevant bin und ich bin ein Kobold und ich bin ein Parasit und ich kann nichts, was willst du dann von mir? Warum nervst du dann? Warum schreibst du mir dann deine ganze Lebensgeschichte in diesen WhatsApp-Verlauf? Sieht das nämlich so aus, als ob du was von mir willst. Weil ich wollte nie was von dir. Ich wollte kein Feature, ich wollte nicht, dass du mir hilfst, irgendwas. Bruder, und ich war ein Fan, ich war ein Fan. Ja, ich war vielleicht Fan, ich bin Fan von Deutschrap, ich bin Fan von der ganzen Sache und bei Gott, ich war kein großer German Dream Fan, das muss man sagen. Aber sicherlich hat mich das sehr interessiert, was Echo da macht. Bei Gott, du warst nur eine Randerscheinung, ich schwör's, du warst around. Ich hab dich kennengelernt auf eine Tour von Echo Fresh mit seiner damaligen Freundin Valeska. Da war Manuel da und Manuel hat mich mitgenommen damals. Ich war mit Manuel connected, natürlich, das ist ein Homeboy. und ich war da noch nicht bei HipHop.de. Da hat er mich mitgenommen auf Tour, dann hat er dich gebackt oder ihr habt zusammen einen Song gemacht und er hat dann die Hook gemacht. Carbkicks, denn ihr wisst, betabt Kicks und er macht Carbkicks, er macht nämlich die Carbkicks, irgendwas sowas, ne. Und dann hab ich ihn noch gefragt, wer ist das? Ja, es wird German Dream, Carbkicks, ah so, cool, ah cool. Bruder, tu nicht so, ob du jetzt irgendwie Echo wärst oder Summer, Digga, du warst Fan, ja, was ist das, ist jetzt schlecht oder? Digga, Anders, anders. Aber wie gesagt, vergessen wir dich mal, du kommst irgendwann mal dran. Für mich ist Farid Bang, Mo Banger, diese Hunde, das sind für mich die, auf denen ich meinen Fokus legen werde und Gelegen habe und Liegentur. Das ist das zu dem Thema. Okay, Süßen. Liegentur, ja. Immer diese Hilfsverben. Junge, komm klar. Jetzt kauf dir eine Cola am Billo-Strand und halt die Knauzin. Nervensäge, ja. Oh mein Gott, ey. Junge. Das ist ja nicht normal, ey. Und dann veröffentlicht er WhatsApp-Verläufe, die ihn zum Trottel, die lassen ihn wie ein Trottel dastehen. Okay, können wir das Thema jetzt wechseln, sonst gehe ich wieder hoch und mache einen Beat oder so. Ja, wir können. Guck mal, voll die Zicke. Dicker, ich schwöre dir, du darfst dich nicht mehr mit denen befassen mit sowas. Ja, ja. Ich hatte ja, wie gesagt, die ganze Zeit nichts zu dem gesagt, bis er jetzt angefangen hat mit ja, du hast deine Krankheit vorgespielt und so. Das hat mich so irgendwie getriggert. Ja, ja, das ist doch eklig. Ich bin fast gestorben, Alter. Das ist ja kein Spaß mehr. Das passt dir, ey. Du hast ja sonst nichts zu tun, Alter. Ja, so, ich geh drei Wochen in den Intensiv-Dings, lass mir so ein Ding da reinmachen, lass mir so ein Ding da reinmachen und so, ja. Ich krieg so Haaraus, weil ich glaube, ist das schon, Digga, so gut. Ich kann schon gut schauspielen, aber nur nicht so gut. Oh Mann. Gut. Okay. Okay. Vielen Dank.